Und Sie machen auch Bilder? Ja, das ist ja sehr interessant. Sind Sie nicht Herr Sundermain? Sie sind ein anderer Maskenfetischist, ne? Wozu machen Sie die Bilder, wenn ich fragen darf? Ja, immer halte ich Abstand. Nur meine Kamera, die kommt halt sehr dicht. Und wie geht es Ihnen damit, so Leute zu diffamieren und jetzt zu sehen, dass es immer mehr... Ja, halt, ich habe Abstand. Sie kommen näher an mich ran, Sie kommen näher an mich ran. Ja, mache ich, weil Sie kommen an mich ran. Wie geht es Ihnen damit, Leute zu diffamieren und das ganze Land zu spalten? Wie geht es Ihnen damit, das Land zu diffamieren? Herr Sundermain, wie geht es Ihnen damit, Menschen zu diffamieren als Rechtsradikale, weil sie Angst haben, ihre Existenzen zu verlieren? Hallo, bitte, halten Sie mal bitte an! Jetzt ist er da fast hier in seiner Hektik. Halten Sie mal bitte an! Halten Sie mal bitte an! Mein Name ist Olaf Dugger! Ja, gehen Sie auf den Ewe! Gehen Sie auf den Ewe! Gehen Sie auf den Ewe! Ja, ich habe leider nicht den Beistand gekriegt, den du dir erhofft hast. Herr Sundermain, wie geht es Ihnen damit, dass die Leute diffamieren, die kritisch gegenüber Corona-Maßnahmen sind? Hallo, helfen Sie mir bitte! Presse, 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 und Sie gehen den Weg! Nein, ich bin Presse, 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 Presse! Gehen Sie in die Richtung, ist mir egal, wie sollen die hier so hin? Hallo, Pressefreiheit! Pressefreiheit wird beschränkt! Pressefreiheit, filmen, filmt es! Rückennummer 12100! Rückennummer 12100! Pressefreiheit wird beschränkt! Können Sie ordentliche Pressearbeit machen? Ja? Dann können wir die auch... Genau, ich mache ordentlich. Was mache ich denn falsch? Nein, nein!